hallo zusammen heute will ich euch gerne zeigen den neuesten trend für frauen ledermandel das ist eine perfekte alternative für klassische mandel und eignet sich sehr gut für verschiedene outfits und jetzt geht es weiter mit ein paar beispiele der erste outfit das ist der trend ledertrend schwarze ledertrend welche wir anziehen mit weißen bluse und dazu schwarze regings dieser ledermantel kommt aus salam dieser trend kostet 89 95 cent kann auch mal ein bisschen farbe geben ich habe eine schöne schale ausgesucht und dazu habe ich ausgesucht diese hartschuhe so Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018